Herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Keine Probleme. Wie hier manche Leute rumlaufen, das geht ja gar nicht hier. Das ist doch auffällig. So. Wo ist das Kastell? Hier. Du schon wieder. Ratsherr Sophos wurde ebenfalls ermordet, aber Valeria ist sicher. Diese Notizen lagen bei den Leichen. Naja, sicher bei der dunklen Bruderschaft? Das ist die schwarze Hand. Das Symbol der dunklen Bruderschaft. Ich wünschte, Jirich und Sophos hätten es mir erlaubt, Brigadisten zu ihrem Schutz abzustellen. Wenigstens hat sich Valeria, wenn auch zögerlich, auf eine militärische Eskorte eingelassen. Habt ihr und Eveli noch mehr aufgedeckt? Wir haben ein paar Dokumente gesammelt, die Ratsherr Lovidicus sehen sollte. Es scheint, dass Ratsherr Lovidicus' Vertrauen in die Waldelfin nicht fehl am Platz war. Sehr gut. Ihr und Eveli könnt hineingehen und mit dem Ratsherrn sprechen. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, das jetzt in dieser Freundschaft zu machen. Die Elfenbeinbrigade werden sich um die dunkle Bruderschaft kümmern. Wir sind hier vollkommen sicher. Euer verdammtes Kaiserreich, Lovidicus. Es existiert nicht mehr, aber bereitet uns immer noch Ärger. Hi. Wir müssen mich jetzt mal mal angucken. Ihr müsst die Söldnerin sein, von der Hauptmann Rian mir erzählt hat. Und an eurer Seite sehe ich Eveli Scharfpfeil. Gut, gut. Ich gehe davon aus, dass ihr etwas zu melden habt. Ich lausche. Wie die Königin oder was das ist da hinten, so breitbeinig auf dem Stuhl sitzt, ne? Ähm, Ratsherrn, Hierich und Sophos wurden ermordet. Diese Notizen lagen neben ihren Leichen. Da soll doch glatt alles ins Reich des Vergessens fahren und wieder zurück. Ich hätte Farol Lupus ernst einnehmen sollen, als ich seinen Brief erhielt. Das ist auf jeden Fall das Zeichen der dunklen Bruderschaft. Gibt es sonst noch etwas hinzuzufügen? Jierich und Sophos haben Dokumente hinterlassen, aber Teile von ihnen sind verschlüsselt. Ja, das ist die Verschlüsselung der Langhauskaiser. Nur eine Handvoll von kaiserlichen Schreibern kann sie entschlüsseln. Ich kenne allerdings einen. Beragon. Ich werde sofort nach ihm schicken. In der Zwischenzeit müssen wir die restlichen Ratsmitglieder auf der Liste warnen. Abor, Valeria, Itinia und Vandasia. Ratsherrin Valeria wird bewacht und holt ihre Aufzeichnungen aus der Gezeitenhöhle. Sehr gut. Ich habe schon Botschaften an Itinia und Vandasia geschickt, da keiner von beiden derzeit innerhalb der Gerichtsbarkeit von Lejavin weilt. Ihr müsst für mich zur Feste Blaublut reisen. Ratsherrin Abor hat dort Zuflucht gefunden. Doch mir wäre es lieber, sie hier in Lejavin zu haben. Ich werde zur Feste Blaublut reisen und mit Ratsherrin Abor sprechen. Wenn wir dem zuvorkommen wollen, müssen wir in allem, was wir von nun an tun, schnell sein. Geht zur Feste Blaublut und überzeugt die Ratsherrin Abor, in die Stadt zurückzukehren. Sie wird hier sicherer als in der Feste sein. Ihr müsst doch noch mehr über das Geheimnis von Kaiser Leowig und die Ambitionen wissen. Leider nein. Was auch immer Leowig Farol Lupus und den anderen anvertraute und was auch immer er ihnen befahl, er hat es vor mir vollkommen geheim gehalten. Ich schätze, er ist davon ausgegangen, ich würde nicht bei etwas Verbotenem oder Dädrischem mitmachen. Und damit hatte er recht. Aber wart ihr nicht der Vorsitzende des Ältestenrats? Das war ich. Doch der Ältestenrat bestand aus mehr als zwei Dutzend Mitgliedern. Laut der Liste, die Eveli Scharfpfeil mir gebracht hat, wissen nur sieben Ratsmitglieder von diesem Geheimnis. Nein, sechs. Ich habe keine Ahnung, warum Leowig mich zu dieser Gruppe zählte. Es muss einen Grund geben, warum euer Name mit den anderen in Verbindung gebracht wurde. Wer weiß schon, was Leowig durch den Kopf ging, als er diesen Eintrag in seinem Tagebuch verfasste. Waren und seine Rebellen hämmerten damals an die Tore des Palasts. Und Leowig war schon vor der Rebellion nicht ganz bei sich. Erzählt mir mehr über die Langhauskaiser. Die Langhauskaiser waren Regmannen, die die Herrschaft über das Kaiserreich übernahmen und 40 Jahre lang herrschten. Durkhorach, der Schwarzdrache, gründete das Herrscherhaus. Morika bestieg den Thron nach dem Tod seines Vaters. Auf ihn folgte Leowig. Und was ist mit Leowig geschehen? Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Warum ist Drahtseherin Arbor in der Feste Blaublut? Ihr glaubt nicht, dass die Feste sicher ist? Nur ein symbolischer Trupp von Brigadisten bewacht die Feste Blaublut. Wenn die Dunkle Bruderschaft wirklich unser Gegner ist, fürchte ich, dass ein einzelner Assassine die Verteidigung der Feste verhältnismäßig leicht umgehen kann. Arbor wäre sicherer hier im Kastell. Geht und bringt sie unverzüglich her. Nun gut, dann werde ich das tun. Feste Blaublut, die liegt im Osten jenseits des Flusses. Ich werde euch dort treffen. Okay. Wir beeilen uns lieber. Ich bin einen weiten Weg gekommen, um sicherzustellen, dass keines dieser Ratsmitglieder stirbt. Und zwei von ihnen habe ich schon im Stich gelassen. Ich treffe euch an der Feste. Sie liegt östlich auf der anderen Seite des Flusses. Na gut, ich wollte eigentlich gesagt haben, wenn ich nicht draußen bin, zeigt er mir das mal wieder nicht richtig an. Aber sie hat mir das ja jetzt schon so einigermaßen gut erklärt. Sie liegt auf der anderen Seite. Ja, genau, hier. Genau. Dann würde ich sagen, reiß ich da mal eben schnell hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind in der Feste Blaublut. Hör zu, Ratsherr Lovidikus und Hauptmann Rian schicken mich. Ich muss sofort Ratsherrin Arbor sprechen. Und was ist mit meiner Schwester? Niemand hat sie gesehen, seit sie der Ratsherrin ihr Essen brachte. Ratsherrin Arbor gab klare Anweisungen. Sie will nicht gestört werden. Wir wollen sie auch nicht stören. Noch eine Söldnerin? Ist die Elfenbeinbrigade wirklich so schwach auf der Brust, dass Hauptmann Rian schon Söldklingen anwerben muss? Hört mal, ich sagte es doch schon der Waldelfin. Ratsherrin Arbor besteht darauf, dass sie nicht gestört werden möchte. Hauptmann Rian und Ratsherr Lovidikus haben uns geschickt. Wollt ihr euch unserer Mission wirklich in den Weg stellen? Na schön, das reicht. Ich merke schon, wenn ich überstimmt werde. Nun gut, ich gebe euch die Erlaubnis, den Wachtturm zu betreten. Ratsherrin Arbor, Sicherheit liegt nun in euren Händen. Warum ist dieser Dienstbote so aufgebracht? Lurius? Ja, irgendetwas von wegen seiner Schwester. Sie ist auch eine Dienstbotin hier in der Feste. Sie arbeitet in der Küche, glaube ich. Anscheinend hat sie der Ratsherrin das Essen gebracht. Er meint, sie wäre danach nicht wiedergekommen. Aber die Dienstboten suchen ständig nach Gelegenheiten, um sich davon zu stehlen. Warum ist Ratsherrin Arbor in die feste Blaublut gekommen? Die Ratsherrin verlangte, dass wir sie beschützen. Sie sagte, ihr Leben sei in Gefahr. Weigerte sich jedoch, Einzelheiten zu nennen. Kaiserliche Vertraulichkeit, wie sie sagte, weit über meinem Rang. Ich habe sie im Wachtturm untergebracht und ihr zwei Brigadisten als Leibwachen zugeteilt. Ja, ich ahne, irgendwie Übles. Ja, das hatte ich befürchtet. Ratsherrin Arbor wurde ermordet. Aber wo ist die Dienstbotin? Natürlich, natürlich. Ja, Eveli, das ist gut, dass du uns das nochmal sagst. Ratsherrin Arbor's Tagebuch. Anders... Oh, haben die echt den... Also, ich weiß nicht, ob es damals schon so gewesen ist, aber die haben echt die Schriftart verändert. Anders als der Großteil des Ältestenrats war ich eine Vertraute von Kaiser Leowig. Ich wusste die Wahrheit über das Geheimnis des Langhauskaisers. Zumindest einiges davon. Ich und der Hohepriester. Zu der Zeit fühlte ich mich geehrt, eingeweiht zu sein. Aber jetzt, jetzt fürchte ich um mein Leben und verstecke mich in diesen verfluchten Wachturm. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich am besten alles niederschreibe, was ich weiß. Über die vier Ambitionen und wie sie entstanden. Über den Pakt mit Melrones Dagon. Über alles. Es kann sein, dass ich allein den Standort des neuen Gewölbes kenne und die Kaiser Leowig die Ambitionen bringen ließ, als Warens Truppen näher kamen. Ich dachte, dass alles sei vorbei, dass es mit dem Tod von Leowig und dem Fall der Langhauskaiser endete. Laut dem Brief, den ich von Pharo Lupus erhielt, lag ich da falsch. Es folgten die Standorte der drei Gewölbe, die vier Ambitionen beherbergten. Die nächsten Seiten wurden herausgetrennt und fehlen. Aber ich muss sagen, man kann sie wesentlich besser lesen. Die Stift schliegt. Natürlich haben sie die Seiten herausgerissen und mitgenommen. Gerade als wir so dicht dran waren, mehr über die Ambitionen herauszufinden. Na? Ach nee. Stehlen. Da wollen sie beide wieder nicht mitmachen. Äh. Unangetastetes Mal. Einen halben Kilometer daneben. Aber das Essen ist noch warm. Was ist denn mit der Dienstbotin geschehen, die es brachte? Wir haben eine Tür, die von außen verschlossen war, eine tote Ratsherrin und eine vermisste Dienstbotin. Hat der Assassine die herausgerissenen Tagebuchseiten und die Dienstbotin mitgenommen? Auf jeden Fall haben sie nicht nur Arbor ermordet, sondern wissen nun wahrscheinlich auch von den Ambitionen. Wie kam der Mörder in den Wachtturm hinein und wieder heraus, ohne dass die Brigadisten es bemerkten? Seht ihr das Seil, das von der Spitze des Turms hängt? Ich würde meinen Eichelpo darauf verwetten, dass der Assassine auf diese Weise hinein und wieder herauskam. Aber die verschwundene Dienstbotin. Irgendwas klopfte in meinem Hinterkopf. Und warum sollte die Dunkle Bruderschaft diese Seiten mitnehmen? Vielleicht war die Dienstbotin ja von der Bruderschaft, Eveline. Vielleicht will die Dunkle Bruderschaft die Dädrichen Waffen für sich selbst. Vielleicht, doch nichts, was ich je über die Dunkle Bruderschaft gelesen habe, deutet darauf hin, dass sie an Kriegswaffen Interesse hätte. Falls die Ambitionen denn überhaupt so etwas in der Art sind. Verdammt, wir schießen hier Pfeile ins Dunkel. Berichten wir Kommandant Ortin von Arbor. Ja, ich verstehe so viel. Ach, da geht es auch noch hoch, ne? Ach du Scheiße. Okay, der ist auf jeden Fall gut weggelaufen. Beziehungsweise geklettert. Und? Wird Ratsherrin Arbor mit euch nach Leia Wien zurückkehren? Kann ich endlich meine Feste wieder in Schuss bringen? Ratsherrin Arbor wurde ermordet. Ermordet? Ihr Götter. Sprecht leise. Wollt ihr eine Panik auslösen? Sagt mir, was ihr im Wachtturm herausgefunden habt. Ja, gerade so ermordet und danach voll umzogen war. Abos Mal war noch warm, aber unangetastet. Der Assassiner hat eine Visitenkarte hinterlassen. Lasst mich das einmal sehen. Ein schwarzer Handabdruck. Das Zeichen der Dunklen Bruderschaft. Doch wo ist die Dienstbot in Thalais? Ist sie an diesem Fiasko beteiligt? Und wie sind sie und der Assassiner aus dem Wachtturm gekommen? Meine Brigadisten haben ihre Posten nicht verlassen. Vom Dach des Wachtturms hing ein Seil. Das erklärt einen Teil, aber nicht alles. Wir müssen Thalais ausfindig machen. Da ihr ohnehin beteiligt seid und für Hauptmann Rian arbeitet, will ich, dass ihr im Stillen versucht, Thalais zu finden. Beginnt damit, mit den anderen Dienstboten in der Küche und dem Speisesaal zu sprechen. Jawohl, Sir. Ähm, darum. Hallöchen. Eurer Schwester geht es gut. Diese ist sich sicher. Wo könnte sie dann sein? Sie würde nie ihre Pflichten vernachlässigen. Sie hat wahrscheinlich eine dunkle Ecke und jemanden zum Kuscheln gefunden. Diese macht das die ganze Zeit. Mhm. Okay. Schönen Tag, Besucherin. Wie kann diese euch behilflich sein? Kommandant Ortien hat uns gebeten, Thalais zu suchen. Wo sollen wir uns eurer Meinung nach umsehen? Ah, Thalais. Sie bereitet ihrem Bruder solche Sorgen. Sie hat diese gefragt, wo wir die Scharfurzelflocken verwahren. Ratsherren Abor streut sie sich auf jedes Essen. Seiheide hat ihr gesagt, sie sind in der Speisekammer. Aber man braucht dafür den Schlüssel aus der Küche, um die Tür aufzuschließen. Okay. Das heißt... Den Schlüssel aus der Küche. Schnappt euch einen Besen und fangt an zu fegen. Was? Nein. Das ist Thalaises Aufgabe. Und seht ihr Thalais irgendwo? Nein? Dann fangt zu fegen an. Noch ein neues Gesicht in der Feste? Erst Ratsherrin Arbor, nun ihr und diese niedliche Waldelfin. Hört mal, ich würde wirklich gern plaudern, aber Thalais hat sich verzogen und mir all ihre Aufgaben überlassen. Ich versuche Thalais zu finden. Wisst ihr, wo wir sie suchen könnten? Sie hat der Ratsherrin ihr Essen gebracht und ist nicht zurückgekehrt. Habt ihr im Wachtturm nachgesehen? Arbor ist zwar schon etwas älter, doch vielleicht wollte Thalais ihre Gunst erlangen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Arbor riecht nach Angst. Vielleicht findet Thalais das anziehend. Was meint ihr mit riecht nach Angst? Nun, sie benimmt sich wie ein verängstigter Goar, seit sie hier eingetroffen ist. Bleibt eingeschlossen im Wachtturm. Lässt immer nur einen Dienstboten auf einmal herein. Und sie verbrennt Papiere. Irgendwelche Dokumente. Sie ist außer sich vor Angst, wenn ihr mich fragt. Mhm. Okay. Sie auch gerade im Hintergrund. Delikatessen der Transniebenregion. Können wir das mal einer versetzen? Also das werden wir uns jetzt nicht durchlesen. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Wenn ihr das denn möchtet. Ich bleib bei der Story. Die Dienstboten kommen in die Küche, um zu tratschen und zu plaudern. Das duldet diese nicht. Misaba bittet darum, dass ihr sie nicht über Gebühr ablenkt, da sie ohnehin schon von Natur aus faul sind. Was genau wollt ihr denn? Kommandant Ortin hat uns gebeten, Thales aufzuspüren. Wisst ihr, wo sie sein könnte? Diese junge Frau. Sie ist nicht aus dem Wachtturm zurückgekehrt. Daher blieben ihre Pflichten vernachlässigt. Und sie hat den Speisekammer-Schlüssel dahin mitgenommen, wohin sie verschwunden ist. Der hängt nicht mehr an seinem Haken. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Küchenregeln. Ein ganz klarer Verstoß. Wo ist die Speisekammer? Die Speisekammer ist im Keller. Aber die Tür ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Thales murmelte etwas darüber, wie sehr die Ratsherrin Schafwurzelflocken liebt. Dann schnappte sie sich den Schlüssel und das Tablett mit dem Essen, bevor sie abzog. Diese hat sie seitdem nicht mehr gesehen. Lasst uns reden, bevor wir in der Speisekammer nachsehen. Ja, dann komm raus. Also, was haben wir erfahren? Ratsherrin Arbor hatte Angst, doch das ist verständlich. Interessant ist, dass sie Unterlagen verbrannt hat. Ihr Tagebuch deutet darauf hin, dass sie mehr wusste als die anderen. Und Thales ging in die Speisekammer, bevor sie sich zum Wachturm aufmachte. Meint ihr, wir sollten einmal in der Speisekammer nachsehen? Kann nicht schaden. Und eines haben mir alle Kriminalromane beigebracht, die ich je gelesen habe. Man geht jedem Hinweis nach und mag er noch so unbedeutend wirken. Sehen wir in der Speisekammer nach und finden wir heraus, ob sie dort nach mehr als nur Schafwurzelflocken gesucht hat. Okay, der Eingang ist auf der anderen Seite, haben die gesagt. Beziehungsweise auf der Rückseite des Gebäudes, ne? Ah, da unten. Abgeschlossen oder können wir rein? Wir können rein, sehr schön. Oh, das sieht nicht gut aus. Ach nee, ich dachte, wir konnten das noch... Ja, ich denke, ich weiß, was auf der mysteriösen Notiz steht. Ja. Natürlich. Wie sollte denn die dunkle Bruderschaft? Oh nein, wir müssen uns unterhalten. Ja. Ich bin immer bereit zu helfen. Ja, du doch nicht. Alles klar. Ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Der Assassine ist Thalese hier hinein gefolgt, hat sie ermordet und ihren Platz eingenommen, damit er in den Wachturm gelangen konnte. Ziemlich schlau, doch er hätte sie nicht umbringen müssen. Ja. Eveli, es wird Zeit, dass ich euch die Wahrheit sage. Ich gehöre zur dunklen Bruderschaft. Klar. Sehr witzig. Wartet, das ist euer Ernst? Wenn ihr hierin verstrickt seid und wenn ihr nur versucht habt, eure mordlösternen Freunde zu retten... Ach. Na schön. Wir gehen zurück nach Lejavien. Ihr könnt freiwillig mitkommen oder ich schleife eure Leiche hinter mir her. Beruhigt euch und hört zu. Die dunkle Bruderschaft hat das nicht getan. Sie tötet nicht ohne einen Kontrakt. Ja, das habe ich irgendwo gelesen. Doch was ist mit den Visitenkarten? Die schwarze Hand ist doch eine klare Ansage. Die dunkle Bruderschaft lässt diese Zeichen nur unter ganz besonderen Umständen zurück. Da gibt sich jemand zu viel Mühe. Zu viel Mühe dabei, uns zu überzeugen, dass die dunkle Bruderschaft hinter den Morden steckt. In Ordnung. Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass die verbleibenden Ratsmitglieder nach wie vor in Gefahr schweben. Wir müssen Valeria und Vandazia warnen. Was ist mit Kommandant Ortin? Wir sollten ihm erzählen, was Thales zugestoßen ist. Ich werde dem Kommandanten Bericht erstatten, die beiden restlichen Ratsmitglieder benachrichtigen und euch dann in Leiavin treffen. Eveli, geht es euch gut? Erzählt mir von den Träumen. Und die Träume werden häufiger. Dieses Mal geschah es tatsächlich, während wir uns gerade unterhielten. Erzählt mir von der Vorahnung. Es war nur ein Aufblitzen, aber es ging mit einer Empfindung einher. Ich fühlte ein alles überwältigendes Böses, vereint in einer Gestalt, die ich vor meinem geistigen Auge sah. Als ob mir jemand kurz ein Porträt vor das Gesicht gehalten hätte, nur um es gleich wieder wegzuziehen. Wie sah die Gestalt aus? Es war ein Kultist der erwachenden Flamme, glaube ich. Jemand Mächtiges, ein Oberhaupt, eine dunkle Silhouette gehüllt in einen Mantel. Ich werde nie das Gefühl vergessen, dass sie in mir hervorrief. Es war eine Welle der Hoffnungslosigkeit. Damit können wir uns später herumschlagen. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Aber schon interessant, dass sie die ganze Zeit nicht darüber sprechen möchte, was sie für einen Traum hatte. Und jetzt, wo sie stinksauer auf mich ist, weil ich ihr offenbart habe, dass ich ja selber zur dunklen Bruderschaft gehöre, jetzt auf einmal möchte sie darüber reden. Ist schon interessant. Gut, reden wir erst nochmal mit dem Kommandant. Tales ist in der Speisekammer. Der Assassine hat sie ermordet. Er gab sich als sie aus, um in den Wachturm zu kommen. Das ist ja grauenhaft. Seid ihr euch sicher? Nein, natürlich seid ihr euch sicher. Niemand würde bei so etwas lügen. Ich werde ihrem Bruder erzählen, was vorgefallen ist und jemanden schicken, der sich um die Leiche kümmert. Ihr Götter. Was war das nur für ein Tag? Ja. Oh. Wir sollen ein einzelnes Ziel jetzt aussuchen. Oder müssen wir die nach und nach machen? Während Evelyn nach Leiavind zurückkehrt, muss ich zur Gezeitenhöhle, um mich mit Valeria zu sprechen und nach Gideon um Razzia. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob wir beide Sachen machen können, weil hier steht, erfüllt ein Ziel. Also Valeria kann mir eventuell mehr sagen, damit wir endlich mal weiterkommen, ne, mit dem, was wir herausfinden können, um die anderen noch zu schützen. Wobei, das sind, glaube ich, die letzten beiden, die tatsächlich noch übrig sind, so wie ich das verstanden habe. Grazia Vandazia. Ich bin mir nicht so sicher, was mit dem Kerl ist. Oh, hi, Evely. Ich bin mir nicht so sicher, was mit dem Kerl ist, aber ich habe so die leise befürchtet, dass, wenn wir eine von beiden wählen, wir den anderen wahrscheinlich nicht mehr finden werden, weil genau da der Assassine hin ist. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Ich gebe zu, ich habe diese Quest hier nur einmal, glaube ich, komplett gespielt bisher. Ja, ihr Lieben, aber ich stehe schon wieder so, ihr wisst schon wieder, was jetzt kommt. Wir werden nämlich hier erst mal einen kleinen Cut machen, uns fragen, warum Evely uns immer noch hinterherläuft, obwohl wir sie ja eigentlich in Lea Winn treffen sollten. Das verwirrt mich ein klein wenig. Und ja, ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr, oder wen ihr wählen würdet, wo ihr jetzt als nächstes Ziel hingehen würdet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich beide machen kann, weil da steht das so komisch mit erfüllt ein Ziel. Ich weiß schon, wo ich hingehen werde, aber mich würde echt interessieren, wie es euch geht, wo ihr jetzt hingehen würdet. Würdet ihr in die Gezeitenhöhlen oder wie das hieß, reisen, oder würdet ihr den Ratsherrn, schieß mich tot, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe, vorwarnen? Schreibt es einfach in die Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.